herzlichen willkommen beim teenchen und beim jokata 2024 im juni wir haben den prompt alles ist so viel schöner wenn die sonne scheint und ich habe mir hier aus dem papier von der gut und schon mal eine sonne ausgestanzt mit so einer wellen stanze und ich habe ein weißes tag dieses mal und ich habe mir das papier von der gut ruhen hier mit diesem teil weil da soll noch was mit passieren ausgestanzt mit der gleichen stanze damit ich das nicht ausschneiden muss sondern einfach drauf kleben kann dann habe ich hier zwei reste aus meinem restebeutel mit weißem papier weißem kraftpapier das habe ich hier einfach mal nur so zusammengeklebt und ich möchte heute auf dieses tag ein tor machen beziehungsweise so zwei flügel die man auseinander klappen kann das muss nur mal gucken wegen der breite ja weil ich brauche einmal die breite komplett von dem tag und dann ungefähr noch so ein zentimeter auf jeder seite denn ich brauche ja falls linien um die fest zu kleben entweder auf dem tag oder einmal umgeschlagen hinter dem tag und ich hätte jetzt auch ein ganzes stück papier nehmen können und das dann ausstanzen und in der mitte halbieren aber ich hatte eh die reste also ich habe hier so einen ganzen beutel voll von meinen mini almutze wo in creme und in weiß reste drin sind und die haben jetzt gerade gepasst so das ist jetzt meine vorrichtung für mein tor da das aber auch wieder schön passen soll hier mit den ausstanzungen habe ich mir gedacht ich beklebe mir das vorher und stand es dann und um es zu bekleben habe ich mir diesen monat diesen wunderschönen bogen rausgesucht der ist sowas von toll und ich werde mir das hier so ungefähr da wo ich also dieses teil möchte ich hier nehmen mit diesen wunderschönen blüten das wird dann zwar in der mitte halbiert aber das ist ja egal wenn man das tor zu klappt dann wird es ja wieder eins und das werde ich mir jetzt hier mal so grob anzeichnen und ausschneiden und dann werde ich das da drauf kleben und wird es stanzen so dazu nehme ich aber meine maschine wie ihr wisst habe ich nicht so mit dem gerade schneiden von hand der weiße rand muss auch weg und dann werde ich das drauf kleben und werde es stanzen und wenn ich alles richtig gemacht habe dann sollte das tor nachher hier genau passen so das kommt jetzt hier drauf da noch ein bisschen bleistift das klebe ich jetzt wie klebe ich es soll ich es wagen mit dem stick ich trau den sticks immer nicht so ob die auch wirklich halten richtig aber wenn ich jetzt flüssig kleber nehmen und dann gleich an meine stanz und präge maschine gehen gibt es vielleicht noch mehr sauer rei deshalb versuche ich jetzt mal so also ich klebe das komplette stück hier drauf fühlt sich schon mal so an als wenn es hält dann lege ich mir das ich habe ja hier hinten wo ich zusammen geklebt habe ich lege mir die spitze hier auf die spitze damit ich genau weiß wo ich meine ich zeige euch das ding mal das ist hier die stanze und damit ich die genau da auflege wo ich auch die mitte brauche lege ich mir hier die mitte von dem tag in die mitte von meinen beiden flügeln und zeichne mir das so an damit ich meinen eine stanze richtig lege so wenn ich das jetzt auf die maschine packe dann sehe ich genau wo die stanze liegen muss und dann sollte das eigentlich auch klappen das mache ich jetzt gerade mal durch das dass ich jetzt diese schöne stanze auf der rückseite angelegt habe habe ich natürlich auch das schöne muster jetzt auf der rückseite aber das ist gar nicht das problem es hat funktioniert es geht mir nur darum dass ich mein tor hier richtig platzieren kann und das kann ich jetzt lege ich das hier wieder hin weil die beiden teile die hier überstehen die muss ich falzen und stanzen und muss das ganze gerät natürlich auch noch auf die richtige höhe bringen also gefalzt wird dann hier und hier so das ist einmal die länge und hier wird jetzt gefalzt das ist kraftpapier also relativ dick muss man ein paar mal drüber gehen und das dann auch wieder ein paar mal hin und her biegen weil ich habe ja nicht nur das kraftpapier ich habe ja auch das design papier drüber und das mache ich immer gern ein paar mal hin und her um das ganze ding ein bisschen geschmeidiger zu machen jetzt hoffe ich ich krieg nach der falls nach der stanzaktion hier mein klebeband das habe ich vorher auf mein arm und überall drauf gepappt damit es nicht mehr so viel klebekraft hat es nimmt natürlich trotzdem papier weg aber ich hoffe das wird nicht so tragisch sein so die seite auch und jetzt kommt das blatt auf mein tag und das kommt hier oben drüber und wird hier seitlich fest geklebt jetzt muss ich das in der mitte hier natürlich noch durchschneiden das habe ich jetzt zusammen geklebt mit dem papier von der kudron also hier muss ich es noch teilen ich überlege jetzt gerade weil wenn man das dann aufklappt dann sieht man hier wo so ein bisschen die weiß nicht ob ihr das seht aber hier ist so ein bisschen von dem ja wo das klebeband war so jetzt werde ich das mit der spitze hier hin legen genau wo die falls also wo der wo der schnitt war und das durch schneiden jetzt habe ich meine zwei tore und dann so und so und so und dann kann man die aufklappen wenn die fest gemacht sind dann überlege ich mir noch einen schönen verschluss und was ist hier ihnen dekoriere und dann kommt natürlich noch unsere sonne und passend zum spruch irgendeine dekoration hier hinter dieses tor also auf jeden fall wisst ihr meine sonne soll die sonne hier irgendwo hin die kriegt auch noch strahlen ich mache mal das falzbrett weg weil die kamera mag das nicht die hat immer probleme mit den linien und dann fängt es an zu flackern also ich mache hier auf jeden fall die sonne hin wenn man dann das aufklappt dann soll da irgendwie passend zu dem prompt was sein also eine sonne die kriegt noch strahlen und irgendwie eine szenerie irgendetwas was besonders schön ist wenn es von der sonne bestrahlt ist das überlege ich mir und dann schalte ich euch gleich wieder zu ich habe jetzt hier unten noch schmetterlinge ausgestanzt drei verschiedene und ich habe mir verliebte kätzchen ausgestanzt das ist meine sonne hier und ich brauche noch ein paar herzen und die nehme ich hier aus dem orange weil ich kein rot habe jetzt ist es natürlich wieder zu dünn also eure stanze ist nicht kaputt wenn sie kein dünnes papier stanzt habe ich glaube ich schon mal gesagt sondern wenn das papier zu dünn ist dann funktioniert es nicht also das ist jetzt ganz einfaches drucker papier nur und wenn das in der stanze hängen bleibt legt ihr euch einfach noch einen fresszettel drunter also so ein schmierzettel und dann ist es dick genug und dann stanzt es auch ohne kaputt zu gehen und für die verliebten katzen brauche ich jetzt noch ein paar herzchen jetzt kleben wir das erstmal hier drauf ich glaube ich bleibe mal bei dem klebestift ich färbe das ein bisschen ein der nachteil ist natürlich am klebestift dass ihr nicht so gut rutschen könnt wie mit flüssigkleber ihr müsst also genau gucken wo ihr klebt und da habe ich ja immer ein problem so jetzt lege ich das mal hier oben an guck dass es hier gerade ist wo ist mein flitzer hier und auch wieder ein bisschen einfärben aber an den seiten kommen ja die klappen hin ich glaube das mache ich jetzt auch mal zuerst also hier sind meine klappen die muss ich auch wieder einfärben und die zweite da und die klebe ich jetzt mit flüssigkleber so jetzt lege ich das hier an dass es genau passt und schlag das hier um und dann greife ich das hier fest auf die rückseite kommt natürlich auch noch was das muss dann auch erstmal ein bisschen trocknen weil dieses kraftpapier ist natürlich ziemlich starrig starrig das werde ich dann ein bisschen klammern und erstmal liegen lassen so ich probiere das von vorne damit es richtig sitzt hier oben an den an den aussparungen und jetzt habe ich hier mein schönes tor ich glaube ich mache doch innen auch noch was hin also hier das ist mir sonst zu nackt aber vielleicht nicht dann habe ich vielleicht ja vielleicht nicht ganz so bunt mal gucken damit mein bild ich mache erstmal mein bild also hier oben soll irgendwie die sonne hin die kriegt dann noch strahlen und dann sollen hier unten die verliebten katzen hin ich habe ja hier schon einen boden durch das muster auf den setze ich die katzen dann werden hier oben irgendwie so die schmetterlinge verteilt und ja bei den katzen kommen so irgendwie die herzchen hin so irgendwie hatte ich mir das gedacht ich überlege mal noch ein bisschen wie ich es mache vielleicht mache ich auch noch ein herzchen hin das reicht ja dann schon um zu symbolisieren dass die verliebt sind die zwei so die rückseite habe ich jetzt beklebt um diese klebelaschen zu verdecken von dem tor und zwar das habe ich genauso gemacht wie vorne also habe mir die schablone draufgelegt erst ausgeschnitten und dann und das ist jetzt die rückseite die finde ich mega und vorne haben wir ein bisschen mehr türkis jetzt möchte ich mir die seiten hier dekorieren mit mit blümchen und die werde ich einfach nur schablonieren habe ich mir überlegt und ich werde versuchen nicht auf die seite zu kommen weil da haben wir noch was anderes vor ich habe hier die spiced marmalade und die gelb und ich werde die ich werde die orange nehmen glaube ich so ich werde jetzt mal die seiten hier schablonieren und zwar bis oben hin das sieht doch schon schön aus und für hier unten nehme ich das gleiche nochmal geht noch und hier nehmen wir die andere seite von der schablone und dann sind die seiten auch dekoriert und das passt alles irgendwie zum sommer und zum sonnenschein ja sehr fröhlich das ganze dann habe ich hier eine schablone da sind so verschiedene linien drauf borten und ich will nur diese in der mitte hier haben für die strahlen von der sonne und deshalb habe ich mir die oben und unten zugeklebt jetzt wird meine sonne auch ein bisschen eingefärbt dann kommt die oben in die ecke so damit wir da noch mit strahlen außen rum gehen können passt so dann kommen meine kätzchen das wird jetzt wieder ein bisschen tricky die aufzukleben hier dafür habe ich mir zwar extra die flasche zugelegt für die feinen sachen aber es geht halt doch nicht immer so wie ich das will die kommen hier unten auf den boden dann mache ich ein herz ich hatte eins das war etwas dunkler das ist das hier das passt gut zu der sonne das ist der gleiche farbton ich glaube dass das die liebe genug symbolisiert und dann die schmetterlinge noch einer fehlt mir chaos wo ist der dritte ich suche ihn und klebe die schmetterlinge hin so ihr lieben ich habe den schmetterling gefunden und habe mein türchen innen drin dekoriert mit den schmetterlingen mit der sonne mit den verliebten kätzchen hier oben habe ich den spruch hin gemacht ein bisschen schief aber egal dann habe ich mir hier einfach zwei kreise ausgestanzt aus dem design papier habt ihr hier mit breads befestigt und die kleine schnur hier die hält mir das zu und hier unten habe ich mein juni drauf geklebt so ein bisschen als fähnchen geschnitten was wir jetzt noch brauchen ist eine dekorierte seite und eine befestigung für das tag wir sind schon in der mitte es ist juni ich habe hier zwei schnipsel zwei stücke zusammen geklebt weil ich die beide sehr schön fand und weil eins jeweils zu klein gewesen wäre für meine seite deshalb habe ich sie kurzerhand verbunden und ihr seht schon wieder ja man sieht dass das da angestückelt ist bei der Gudrun geht das alles ein bisschen schöner ineinander über die collagen die sie auf die papiere gemacht hat als bei mir hier jetzt das ist ein bisschen ja man sieht dass es angestückelt ist weil es eben hier ganz gerade ist und die blume hier abgeschnitten und so weiter aber das ist mir wurst ich will jetzt hauptsächlich dieses teil also lege ich mir das so an dass ich hier an der grenze bin und es wird auch wieder nicht lang genug wie ich das sehe das macht aber nichts ich habe nämlich diesmal vor eine ecktasche zu machen die wird halt da nicht nur in der ecke sein sondern ein bisschen weiter raus gehen damit ich hier unten das stück was mir fehlt bedecken kann also wenn ich gleichzeitig ausschneiden und reden muss dann habe ich ein problem merkt ihr schon so das schneide ich jetzt hier schön aus und dann würde ich das hier drauf kleben und dann habe ich wieder unten frei und normalerweise müsste ich dann jetzt hier schon wieder eine eine tasche unten machen das will ich aber nicht weil das habe ich ja dauernd ich habe mir eigentlich vorgenommen so vier fünf sorten taschen also einmal seitlich einmal belly band einmal unten einmal dreieckig und ich werde es jetzt hier einfach wird hier einfach so ein großes dreieck hin machen dass mir hier unten den boden komplett verdeckt dafür muss ich das jetzt aber erstmal noch ein bisschen einfärben und drauf kleben und dann brauche ich auch wieder ein rest für mein tischchen und wenn ich den nur aus dem drucker papier macht dann wird es wieder ein bisschen dünn also werde ich mir das aus kraft papier machen da habe ich auch noch reste das ist ein bisschen stabiler also ich klebe das jetzt drauf da brauche ich euch nicht mitzunehmen wie das geht das wisst ihr und ich habe hier noch von dem kraft papier und das würde ich mir jetzt hier so schneiden dass das über die komplette seite geht also bis hier hin die ecke hier muss ich runden das mache ich mit dem stanzer und dann muss ich das hier schneiden und hier schneiden und dann habe ich eine große ecke und da passt dann hoffentlich mein tag rein und das werde ich dann auch noch dekorieren das mache ich jetzt mal so ich habe mir das jetzt abgeschnitten mit meiner maschine die ecke hier muss ich runden wo habe ich denn meinen stanzer gucken ob das geht also die geht auf jeden fall das muss ich jetzt auch noch dekorieren oder soll ich das mal einfach so lassen also ich habe ja dann unten das bunte papier und hätte hier oben dann das und hier das so ist der plan könnte man eigentlich die farbe so lassen das überlege ich mir noch oder ob ich vielleicht nur ein ornament drauf mache ich habe jetzt hier noch so ein stückchen das könnte man vielleicht hier in die ecke machen oder so also ich mache das jetzt mal weiter ihr wisst ja jetzt wie ich vorgehe ich klebe das jetzt auf dann klebe ich das auf und dann gucke ich ob ich das noch ein bisschen dekoriere so ihr lieben ich bin fertig weil wir gerade in der mitte waren habe ich hier unten an meine bänder die ich benutzt habe um das journal zusammen zu nähen gleich noch schmetterlinge hingeklebt die baumeln dann hier unten raus und dazu habe ich einfach vier gleiche ausgeschnitten habe auf zwei davon kleber gemacht das band hingelegt und dann den anderen einfach oben drauf gedrückt und jetzt sind die bänder hier auch dekoriert weil wir ja in der mitte waren also das ist jetzt meine journalseite mit diesem dreieckigen täschchen aus kraftpapier hier habe ich noch so ein rest hingeklebt und so ein blümchen wie ich hier in der mitte habe für meine sonne so eins ausgeschnitten und drauf geklebt und das ist mein tag mit den klappen zum also mit den beiden torhälften zum ausklappen und mit dem spruch und die beiden katzen fühlen sich sichtig wohl in der sonne die schmetterlinge auch und das macht mir hier einfach so zu und das war mein juni und das passt hier auch rein ich habe es mit diesem ganz dünnen power tape also das ist sowas wie sticky tape nennt sich aber power tape weil beim sticky ist die folie rot und bei dem ist sie blau ist aber auch ziemlich gut also das ist das ganze das dünnste was es gibt ist zwei millimeter glaube ich und da habe ich die ränder mit dem mit dem tape beklebt und nicht mit flüssig kleber und ich hoffe das wird halten das war mein beitrag für Yayokata 2024 im juni ich hoffe es hat euch wieder gefallen und ihr seid auch beim nächsten mal wieder dabei und bis dahin wünsche ich euch was macht's gut ihr lieben bleibt gesund genießt die sonne wenn sie bei euch scheint tschüssi